Dich laufen. Dann mal gucken. Okay. Stream sollte jetzt laufen. Hm. Dann würde ich sagen, moin Leute, was geht? Und damit ein herzliches Willkommen zu einem neuen Livestream auf meinem Kanal Streber Invasion Brawl Stars. Heute mit dem Haarsöhne, was geht? Moin. Wir haben jetzt schon mal ein Video gemacht. Und heute wird es halt so sein, dass wir, wie soll ich sagen... Also ihr seht ja bereits im Titel, wir werden ein 1 gegen 1 über... Ich kann nicht beitreten. Ich kann dir nicht beitreten. Du musst mal kurz verlassen. Ja, ich verlasse. Okay. Es wird so sein, dass wir eine Skybase bauen. Und dann, äh... Naja... Nein, es geht jetzt noch heute. Kann ich doch beitreten. Kannst übrigens auch reden während des Streams. Du musst schon bereit machen. Ich bin jetzt gerade in der Runde. Du bist rausgekommen, da hat er mich auf einmal reingeschossen. Ne, oder? Doch. Aber... Das ist halt gerade, äh... Fehler. Okay. Okay. Ich schickte mal ganz kurz ein Video. Das hat... Ich hab mir gestern meinen Stream angeguckt, den ich mal mit Leon gemacht habe. Ich hab mich so tot gelacht. Ich hab mich so tot gelacht. Ich weiß nicht, ob Leon dir das geschickt hat, aber da hab ich Leon voll geärgert. Bist du doch noch? Ja. Ich schick dir mal den Link vom Stream. 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 Baseball dieses Mal klar aber erst mal lande ich bei den Schuhen da ich sag das ist er zu heftig Ruckett direkt am Anfang erste Woche direkt nur Klauschauer wie die erste Jürgen er was willst du die Erkrankung der beste Waffen in diesem Gehen Jürgen auch zu spüren Schaden auf dem Posten und die Tüten schon schluss muss der Entfernung und auch nicht und sie so schön aus anderen ich hätte Uhrzeit flachen Bogen einfach aus Natur gezogen okay das hat man lockt ist so junge das ist eine zweite Waffe ist sogar noch besser als Locket Klauschauer wird kann ich eine ganze Welt abfackeln das macht so wohl nicht oder Jonas hat er macht ein bisschen was hat man richtigen Namen erwähnt ja und wenn ich die genannten die Keiter aber ja es ist ja niemand drinnen bis jetzt wenn er ist der bitte in den Wiestern Prozent ich habe eigentlich noch nie so richtigen Namen gab die Meistern ich meine Stieb und in solch das ist immer Junge noch in Lama ist der Garten Lama und hier ist schon wieder ein ich weiß wie in Kampferbund zu betrachten nur sollten guck mal im Stream Junge aus einer normalen Truhe kein erländischer Seite das schon wieder Lama Lama sind sie nicht selten ich hoffe das gibt man ein kleinkind gehören rein für die Kinder Junge ich bin der schon wieder voll mit einem ganzen Metz und kann sprechen zu plüten Park und ist kein Wiesbauen und sich eigentlich die Striebe Schüsse eingeben schädliche Verzögerung doch eine Sekunde Verzögerung habe ich glaube das ist nicht eine Sekunde im Stream laufe ich gerade erst im Lama hin wir haben sich jetzt normalerweise schon längst fertig bin die Leuchtigkeit komplett fertig ist jetzt habe ich meinen ganzen Metzen jetzt kann ich schon zu plätzen vergeben siehst du sie mich nicht sie mich nicht kommen du siehst mich nicht hier ist das Führer auch weniger sind die typischen Schacht teleportieren ja ich weiß dass das kann durch gewandt der hat sich der hat sich durch meine Wand teleportiert ja ich weiß nur das soll ich noch mal das ist noch mal es sind die Götigung hat denn es gab ich kann lehren Schöne und ich wusste gar nicht dass dieser Bob hier spitzelrat welch hat er denn wird diesen Dinosaurier wort diesen richtig gut so ist die Besucher die Besucher auch bei dem St. Bauer die Bache mit der Ziesbäse 30 hat er hat ab Auro es gibt die Besorier es gibt aber die Besorier er hat schon lange ja ich habe die Anliege von den Solo oder Dufo der Konzert ist durch für uns habe ich jetzt mit zwei mit Schülsachen 80 kann man sogar reiten es ist das Ende von der Dokumente bei uns hat es vor zwei Medien laufen kommst du jetzt mal her ich kann es zählen ich will ich ganz selber aber das typen dass die kalt mich an während des Zähnen das heißt zählen ich habe gesagt ja ich habe es nicht nur die Wache lernen mit Babel ich will jetzt kann ich mir ein Leben aber nein ich wollte es viel machen kein Video auf mich anzubringen wir können sie nur so mehr es gibt die Saurier ich hatte ich will ich kämpfe gerade gegen Tiger die Wälder sind es okay der Gericht hat das noch 100 HP so eine Tourbüche könnte ich auch machen ich werde ich selber durch Scheißdreck Vieh und der Zübisch wieder 15 HP das ist wie ja natürlich ich das ist wie ein Kanone brauche ich nicht ich bin auch ein Rocket Launcher bitte okay Reptwirtschaftsitzende ja ich glaube ja brauche ich eigentlich gar nicht ich könnte ich könnte eigentlich schon die Katz ob sich das als ob das Ding hier sogar die Tür reingekommen ist das Ding hat ich hier das Ding hat mich verfolgt das Ding verfolgt mich ich will hier weg ich will hier weg das ist bei mir im Haus das komische Fies bei mir im Haus das komische Fies bei mir im Haus okay tschüss die Stichel mit Rocket Launcher drauf gehen durch eine schlechte Idee hier 3 das 3 das Konziger Ja dieses Laudato auch noch ein Lama 185 die zwei Lamas auf einer Ecke Junge was ist das was ja perfekt ist noch ein BG König mit es sind es gibt aber keine Rockett-Long-Chemun Herr Karrge Tocco Klaus-Munition ja schon aber der das Lama gibt mir keine das ist doch mal das hat noch nie Wauke Tocco Karrge Munition geben hier ist eine Eberschütz-Hur vielleicht bringt er mir noch was er nur holt es auch nützliche Sachen die Schleimenschaften zum Köln ich habe schwerer Scharfe zu der Welt genommen um Krimus nur Gott ich habe es war voll holz ich habe alles komplett voll und machen in Borken muss ich ganz gesandt 8 Lamas gefunden die Leute hat jemand zugeschaut ich war jemand im Stream was du warst das heißt es ist nicht wahr dass man sparen um und jetzt habe ich nur Zeit gewähren Gold ich bin gerade da und wir uns am Bestand und ich habe es nur noch nicht vor wenn es hier noch ein wenig ankommen Niener Tag ich habe weniger kündigt war als ob ich hatte Glück gebracht ich habe gesagt wenn die Kühne muss kriege ich ihnen ich habe gestern so Pechner ist es sei gestern so zu lernen weil ich gar nicht so gespielt hat noch ein Röckler und schafft das ist zu mir und gesagt ich habe zu lehren gesagt ich bekomme den epischen Sieg also so Prozent das Leben hat über eine Gruppe reingekommen und genau der heutige ausgesprochen auf euch getötet ich habe ich hatte noch ein Röckler und Schande bei uns das muss nur bei mir ich bin die Europäer aus von Hühnchen ich habe mich verwechselt Röckler in der Ruhr und kommt und es zu Wort für die Tore gewesen ich bin gerade im Schutzkeller Koppelstil was das Kaffee der Torwart es war keine epische Truhe komm auch so dass es so ein Bunker Chess Koma Quatsch mit zu mir bitte Jaka Korscher als Appian hier dass wir mit den lindern müssen und dann noch die schuhe wo noch nur hat sie mit dem mannst das war ich hab den schon ich habe ganz kurz zu mir wort ich suche noch eine bunker schützt da gibt es nicht haben und so was muss Spaß gibt es dann du bist du bis zu den Bunker Milch bin jetzt auf dem Weg zu oben und statt ich hätte noch ein Lama gefunden und für dich zwei Lama toll für mich als ob das dauert jetzt richtig lange bis ich das Lama aufgemacht habe hier er ist auch die Stadt folgt ach so ich habe vorhin heute aus dem Weg alles gut die Funktion hast du mit dem Lockheed ich stehe ich suche Bunker Chester was mache ich ich schließe über die Bunker Chester ich hab's erst mal die Funktion hast du für den Lockert schon 13 leider ich war schon mal die Bates Kabel Dinosaurier bei mir ja ich weiß was ist für ein Scheiß Digga die Kraft nicht einfach an die Haare ich finde nur 10 Digga was machen die Digga die geben erstmal der Volk einer hab ich was macht der Volk ja egal hau mal Fleisch zu essen ey Jonas komm mal zu mir ich hab hier ne mystische Sache für dich was denn die Dinosaurier bei mir ich hab die Uhrzeit schon findet zwei Uhr und Kieler schießt nicht welche ich dir es gegen was ich das auswechseln sollte ich hab so guten Lugger der Schwerpunkt ist irgendwie auszuwechseln da jenus wenn geht das hier noch ungefähr Stund so ok 10 minuten müsste ich noch kurz also ich immer kurz auf K okay wie lange dauert das zehn Minuten der Weile kann ich ja denn er ist ein bisschen zerstören Halt die Klaffer was er eigentlich ist ob man es jetzt ab hier der Kind ist fast gefunden aus der Bunker Jazz die Kuh wo sie werden er hat er bei den Westfalen Okie Wofür war das jetzt du hast mich einfach angeschossen ja ich wollte zehn mit Schubert im Bild dort die Züge endlich okay okay sorry als er zu solo war es dass ich dir einmal es war nicht gelungen ich habe mit Dinos gekämpft das war nicht mein Headshot den Schädter verpasst hat ich weiß ich habe mit Dinos gekämpft die DDR und Schott gemacht so ist es bei Runde fleisch ich habe schon eher ein geschicktes Video es wird sich die Ruhe du musst es wieder mal gucken ich und zu mir jemand groß der Rede war ich jetzt gar nicht schicken ich war das eigentlich ein Risiken er hätte es gibt jetzt wirklich das auch gerne wir haben welche gefunden und jetzt ziemlich fächeln ich habe mir jemanden ich konnte vorher auch fächte zählen wo ich sowas nicht hatte ja und einfach und ich habe mit Schönen ein lehren auch gut er müsste das Bild weg ja jetzt magst du mich was jetzt magst du mich da kommt Speckräuschen Liga kann man das töten ja klar kann man das Töten wo ist das jetzt hin das wird mehr zu wollen wenn die Sitzung es schiebt das Ding schocken Arsch und sage ich für noch ein Spieß Hör wird mir gar nicht mehr folgt man nicht folgt mehr hier kommt zu mir Volk ich habe auch gekriegt sind dass die Mord her dafür brauchst du Fleisch und Knochen zwei Knochen und Fleisch die Warte dann war ich jetzt auch bei der Nämischen mit dem was ich auch nehmen kann obwohl wird schwein das Lager auf die Schloss sobald wir in den Fall sind die Klömer ich lasse Lerner auf die Schloss die Liste Mülltonnen auf mich losgehen nein aber ein Huhn du hast gesagt du lässt mir du lässt ja noch nicht los Johannes Mülltonnen Stimmlern ist der Inhalt von der Mülltonne kommt ich schweinig muss ich muss das hätte töten damit ich Fleisch bekomme und Knochen Knochen aber das Problem ist ich kann nicht beides nehmen da muss ich das Ende des Lappelabalabla gewerden Akkotz immer du Spann 4 die Sorge von Paukorn und Köln die Sonnenbruch der KfW auch so Hühner kannst du nicht zählen ja ich weiß ich habe mir immer noch ein Niedermann zu gebraucht Bildschwein so gehen wir mal hallo Hennig Schoenz hat es nur noch nicht das Schilder so gut wie ich ich bin es auch jeder Mann zu mehr gucken mich zum Ding verfolgt ich bin unter das war das Video und ich habe noch Rackett die S das ist der dritte Rackett den ich gefunden habe der Betriebsschwein ist und ich brauche der die die Gugel ich habe so unterliegt das und von sich vor die Loll oder ist vielleicht gut ich bin keine Wildschweine mehr oder sowas nicht bewegt sich das ist so Pischwein die Götter so sich vorhanden greift mich das Ziel an wenn es sich sieht ja aber du weißt schon von uns kommt sie und sie wollen nein du kannst du sie stürmen sie um sich bei uns ist ja nicht ich schieße einfach wenn zu nehmen kommt weil sie es hinter mir ist ich suche es auch die Nosenwölfe die Prüftelstunde ich will auch aber ich finde niemanden hier sind wir um aber das Wort ab von mir kann das sein ja nie das ist bei mir geblieben hallo ich hab keine Brücke und kommen um zu das noch ein paar ja ich bin es einfach tot aber denn es gibt kurz ist auch so was macht sie noch morgen 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 vor so können wir wollten mal einfach ich habe und nicht jetzt können vielleicht hat es Hunger Papa 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 Leer hat die Schnauze neid ich will ich ja drauf packen komische zu tun hochschwarzer mann erzielt aufpacken auch das und jetzt von mir ab das 100 einfach ab ich weiß ich darunter der komisch ist weg wie aber steht dass er nicht so unterschmeißen würde und ich mache es lieber nicht wie er das hat man 500 die kuh jones hühnchen können fliegen die am federn wenn ich so und durch mit stuttos an vielleicht kann man vielleicht kann man ja gar nicht viel liegen nein ich hab's mein lassen komm wieder zu mir die ganze das guckte der weg nur so scheiße was kommt man nicht umzuschicken und schon die türo von ich war so 50 PS auf der auto aber ich war so 500 PS bei einem Lamborghini auf einmal umdruckt die nun kommen oder macht um hat keiner gesehen denn schon was nicht das ist doch der vorgelaufen in der vorgelesen was war es wir uns wurde vorhin jetzt so um die Karrecken die sind fast sehr oft neu also es ist fast geklatscht wir haben sich fast gegenseitiges Moja und nur ich will das wo ich hin muss wo es mit Schweine gibt und sowas alles okay so zu müssen eben nicht auf halbieren leistet mir aktiviert er hat das habe ich ja schon gemacht ich will der Schüsse da ist aber drauf bekommen hat wohl anschließend geht es ist doch lieber okay die Sprung sowieso nicht ich bin ich nicht das ist ein das ist mein Hund Prozent jürgische Wünschen ich will jetzt sagen direkt so wird Schwein da war es auch Papa 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 wir schauen zu den Blutungsdien aber ich kann das Ding nicht erzählen ja wenn jeder Mann hat er hat und ich glaube ich habe es immer größtiv gemacht die dritte kennen jeder Mann zu mehr so oft damit muss man heute über die Frust Frister 6 es ist ab der der war jetzt haben sie ich weiß nicht ob ich ich weiß nicht aber ich glaube manche Wissens von euch ich liebe Hühner und die Kump Stichern hier Schauspielsruhe die Klinik an Komet es ist in den Minigern gefunden Schüß hat ihn nicht mehr sind für um die Gewerke er war hier war und in der Truhe sie kann das aus der Truhe aus und die Glied an die Lackdorf Moti ich habe sie das mal an hallo hast du nur vollstand und ich weiß die nur mehr was macht das ding bitte mit mir das viel zählen was macht das ding rocker modemar abknall die daraus gibt es vier knochen aus dem dino das ganze gleich zwei jährige wandte bauen ja dann gibt es doch noch schön viel fleisch also das richtung p und wie kommt ja das ist das ruhe von mir abgehauen da ist noch ein paar ist noch ein dino ja ich finde irgendwie keine tiere mehr da ich habe schon jedes Geld Geld die halbe Welt durchsucht nicht das ein sehr was ich finde sind Lama jetzt habe ich schon jetzt habe ich in die Noten Wolf komm jetzt wird die folgen ich bin zufriedigier du bist du bist so fechtiger ja ich bin keine komischen Tieren ja die verfolgen sich nicht alle kommit ich habe ich verließen kann man hat mich unterlohnt ich habe ein endlich es ist nicht vor der Sprengung liegt und verbrügt ich habe die Karte kommt auch die Karte in der Stadt Auer ich habe auch nie gemacht und du musst viel es muss ich damit machen mich ist damit abschmeißen Prozent Prozent bis die ich kann das Ding nicht sehen dass ein Formel weg er hat mich an die Graschen der Trendsweg Komierde komisches Ding alle an den Bödingen als er immer mit dem Korn einladen Komitienung nach mit die Suche kann ich versuchte man wird schon zu fangen Koko Mordlernit schreit ein Lama da ist es kann ich jetzt zehn Monate aber jede komische Strecke ich kann es immer noch nicht sehen jetzt bei der Maschine komisches Vieh aber wahrscheinlich weil ich den Jäger des Jäger man den Rausen hat zu den Menschen nimmt dass die Gino kommen Böder Wolf es ist nur noch mal gemacht ich kann nicht ich kann ihn nicht sehen mit ich kann den Schönen sie kann ich nicht sehen folgt dem schönen Geruch auf meinem Mantel mit Konzertsmonor um die Klopferung wie konntest du denn das um bekommen nicht geschickt dass ich kann auch nicht auf die Ecke drücken oder so ein jetzt zum Glück ich hab's man kann ein man die dort gebrüllt okay der lebt noch kommst du jetzt Hallo hallo ach so ich muss es jetzt erzählen so jetzt verfolgt es nicht Kiri damit das Kassette ist zu kattentiert die Tiere genannt wir haben noch kommen doch jetzt mit mit man soll was tun kam jetzt Mimou kann ich auch viel und folgt mich nicht mehr das Ding nur zu tun zu blüten ist ich er kann mit bei mir sitzen feier über das Lernst die Zeit verfolgt mich nicht mehr ja 4 die Gäste Kettenpark hallo kommst du und sein Freund der Wolki und er hat sich das fast Renegade getan kann ich eigentlich jetzt ist es kein Mann machen ich kann nicht ich kann jetzt einfach so Lendenz ist es kein Mann machen die nun lebt nur vorliegt doch warum es nur mit Schumpf und warum es schon wird schon verringt das ist auch hier passiert ist es auch sie kaputt gemacht vor allen Dingen verfolgt mich dass sie noch ein bisschen Autositzer ja wieso damit es muss nur für euch Besuchung mögliche Flächen diese einsteckend die Schöpfung fahren das mag ich immer noch das ist gut und das war mit der Stiftung der Töne geht okay Chance machen ich höre sowieso nicht richtig gestimmt habe es gibt es muss sich nicht ich habe eine Tänze gestimmt also zumindest die Tänze die lizenziert sind Achtung Kocken bei YouTube kommt all unsere Videos also die Entwickler von YouTube und um wenn die Seelen das lizenzierte Videos da sind da werden die sofort wieder rausgenommen und ich muss irgendwas bezahlen und her ich habe schon geschätzt kann ich auch für schützende Orten Fischer ja sag mal bist du dumm oder tust du nur so dumm es war ein Spaß ich weiß es ein Bildschirmes über das Wasser läuft und stört das stoppt und das weißt du oder ja ich habe eine Treppe über die er über das Wasser gebaut ich auch und so sind es auch sehr jahren und dieses komische Fienz ja meinst nicht meinst nicht es gibt nichts Wasser meins kommt damit die Loni sucht noch ein paar Freunde von mir die Schatten wuchsen können dann hast du wieder fressen ich da kommen wir gehen rüber wer ja ich hab's auf jetzt kommst du mit ich hab's geschafft es läuft nicht übers Wasser es läuft über die Brücke die ich gebaut habe es läuft über die Brücke es ist über die Brücke gelaufen das ist doch faszinierend dann soll noch einmal jemand sagen ich kann nicht gut ich kann es gut mit Tieren du kannst es gut mit Tieren denn jetzt ist das zahlreite ich muss und ihr durchbrammelt jetzt tut er wieder so ich weiß nicht was du meinst er muss sich so denken nur klar dass es nur noch mal 10 was du gemacht hast und denke ich mal zu Schattling von der Köln ich hab ihn noch gar nicht verschickt ist um Kopf da kann auch niemand einschalten das ist schon ein Dinger ist sehr blöd aber das macht es gleich kommitieren ich kann mit dem Kind Tieren heißt der Hund auch Tieri oder Hundi ja so ich habe es natürlich nicht verfeilt ist doch aber die muss man über extra Fragen warum leutern mich eigentlich ein immer wenn ich ihn einladen und dann nicht an ja ich finde ich frage mich auch mal wieder warum was auf die Trittnetz bei also ich ich habe nicht nur sagen was passieren wird die Trittner bei und werden direkt wieder gekickt ja es ist immer so aber wenn wir da meintet aber wenn sie da bei uns beitreten weil ein Wort weil er ganz alleine ist dann nur noch nicht kicken bei der Torung schuldig kann ich um 10 nein es gibt noch an einem das kann ich verpacken ja Käpt'n Lappens noch online guck mal es ist nicht von dann Prozent seine Freundin nenne ich ihn wie die ist immer Chiara guck mal sie noch online ist es schüttelt als Fleisch weil ich so klicke wollte ich nicht mehr als Schloch und der Volfriss Knochen und der Dino Fussers 5 ist das normal und ich muss das auch noch füttern oder wie der Klammer zweiter ist doch ich hab kein Futter für das 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 war was soll ich mein Bildschwein jetzt wird gehandelt nur mit Fleisch und Knochen und unseres Leiter ich hab keine Knoller gut doch Knochen habe ich wo es ist komisch hier ist ein komischen Knochen und das nicht in der einen weh ist durch jetzt hier mein Prozent wenn Holz ich hatte es markiert und Kopf das könnte ich tun ist die kaputt hallo bis zu tun nein ich habe mich nicht mehr ich muss den Garten ich habe nie gemacht und verfolgt mich immer noch wie geil könntest du jetzt bitte mal ein komischen Knochen nehmen da hätte ich denn es hat vorhin schon mal wieder meine Gammel aufsetzen das ist einfach jetzt wollen wir doch wieder es ist doch immer gucke um der jemanden gesprützt und duft aus und den mögen die darum folgen die uns ich habe Angst dass die jetzt einzubauen und dann stirbt das weil ich es nicht versammeln kann wenn du das Vieh ein Post reinges ist das Ding ab kann das gar nicht weil gut doch kann ich baue meine Beine weiter ich hoffe dass sie verrückt jetzt einfach nicht ja es doch war es hier wollte hier nun mit dem Ding du kriegst auch was hier frisst das Ding prässt den Knochen Dex was wir Knochen ab muss man Kruxenhof doch wenn sie verfolgt mich noch auch zum Glück Knochen Knochen in elf Minuten muss sich mal kurz auf Kagen ja alles gut ich bin das ist in elf Minuten okay 14 Uhr wie lange geht das jetzt hier noch stunde oder so stunde dann weiß ich bin jetzt immer über eine Stunde das ist Pflicht ich habe es für mich eine halbe Stunde gehört oder so oder 20 Minuten Knochen im Modell wo wollen auch mein Gott die Geistiger fälschen die Fall zur Richtung Steinmerkotz zugelegt und so noch Kassenburg ich bin in Kassenburg der Schöne das soll nie mehr wenn ich im Auto bin doch also die verfolgen mich schon aber ich würde das Risiko lieber nicht eingehen die Uhr aber es liegt verschickt und für die durchs okay also Holzer schützen die Steiner schützen ich glaube es wird kein Sky Ways du bist schon mal ein Bauern ja schon lange what the fuck ich suche Tiere was macht ja Bote Osmo die sind es vielleicht auch mal ankommen ja ich bin noch dabei also meine Base bin ich mal wieder stolz ich bin ich bin von der Buchmann die Schuhe ho so dem Bausch jetzt hier mein Turm wieder hin Dino komm du musst jetzt hier meinen Namen geben gut den einen den Wolf nenn ich Gustav und den anderen Ferdinand ah Achselweiß-Ferdinand der Achse komm komm meinst du Ferdinand der Ochse es gibt einen Film Ferdinand der Ochse ach so das ist ein Film und 6 ich weiß ich hatte früher mal geguckt Koya ist bei dir und Spiegel ein Tag vielleicht nicht Spaß und zwei Leute gucken jetzt zu und ein ich bitte der eine so leeren so er ist Felix gut dass wir es kommt so dass wir es halt so oder Chiara wissen wir es ich habe gesagt ich nenne deine Freundin Chiara weil sie also ihr echter Name nicht in YouTube gesagt werden soll er ist Juli der Name von ihm Henry ja warum warum nicht sie wollte ihren Namen nicht veröffentlichen das müssen wir schon wieder beenden wozu meine Tiere sind Auto gefahren ja den Wechseln sind ich habe es dir gesagt hätte die die das Risiko nicht ein er macht er macht es ist die es fühlen werden wir sind sie sind gerade so weit weiß ich sowieso nicht das gut und das findet ihr auch eher aus wenn sie das Video also den Stream guckt weil ich schick ihr sowieso den Link obwohl ich habe sie auf wozu blockiert kann ich muss beim Link verschicken ich habe es gestellt aus ich bin wenn sie blockiert kann sie auch das Stadion zu sehen weil es war ich war du auch aber sind das für den Dingen ich habe auch voll Bock mit dem Mocker konnte drauf zu gehen bitte auch wenn wir mit der Gäste ist Porto das sind wir ganz kurz hier hoch auf den Turm der wird der Turm wird bald nicht mehr existieren bitte lasse wir machen ohne kaputt machen das bei nichts ins Leben sofort das ist nicht funktion auch okay komm einfach den Turm kurz hoch ich schreibe mal ganz kurz mal Essig Kuckuck kurz mit Sleifer wo man hey auf mich anzuschießen Alter von 3er Hit heute habe ich mein Nege Mantel verkackt kann man kurz hier hin hör damit ich runtereditieren kann es soweit kommt ja noch ein wie soll ich hier runtereditieren ich bin bloß in dem ich es so besser aussieht oder so wo Dankeschön hat er das überlebt er hat es könnte wenigstens die Abbau nein und denn ich mache es gleich Bumbo auf deine Basis war nicht ich vor ich mache kurzes Bumbo auf deine Basis Henry lasst es bitte wenn ich sofort ziehen ja auch nicht was hier ja dann hör auf damit ich stehe auch auf dich runter zu editieren auch so der Name von meiner Freundin heißt Judy du brauchst Henry warum aber wir haben schon wissen damit sie damit ergangen kann das hält nicht gleich mit euch ich gebe euch auch gleich die Telefonnummer von der Götter auch mit der Schreibung zu bekloppt ab ich war nicht hätte dies wenn du das in den Schatten hier rein schreibt wenn das mal eben nicht gut weil ich könnte die er die Nachricht sofort löschen und ich habe ein das kann ein Prozent bannen um die Lütte zu sein das sind es sei schon mit Leeren gemacht und immer noch meine Frage finde ich das hier so besser kommt kurz wieder hoch was gab eine Mail ich habe in den Luft geschossen die das so besser auf jungen nein aus der gewissen dem Livestream magst du dich noch wieso so gemacht ich hab's gekillt aber auch noch gekillt ich hab dich nicht er doch stimmt magst du dich noch und das ist nicht so gut bis zu gerade ja auch im live stream oder wer ist das nach dem weil ich habe ein Zuschauer da habe ich guck mal einen live stream und so weit kommt es doch ich guck mal um der dritte Marse guck du mal zu und dann guck ich mal ob sein zwei Zuschauer sind aber das ist es komm wieder her der mich angegriffen weil du mich getötet hast wirst du mal stehen bleibst du mal stehen was denn schädig zählen ich konnte das war gerade meine Tiere waren gerade weg weil er mich getötet hat das doch ein Tor n nur ein für dich nicht von Schwarz und Schwarzspiel auf dem Turm okay n Schockerts hochweichen auf was sie geht hier sogar der abgauen der Torf ein Turm bitte ich habe kurz zu zeigen nun um wie dem Stülpen kann zu sein das ist ein das kann ich sowieso noch was steht in die Lübe und sie dürfen sich auf nichts Schum Kaffee er hat und du hast keine mobilen Daten er habe ich mit dem das aus Versehen er hat es gut zu sehen geworden bist du über die Wiesung Kuss als er hat er alles gebaut dass er wird ich es nicht mehr in den Karten die die Wörter der Wurzeln wurden es ist eine ganze Zierer Weckner gut gut und Lüge der Gattensieger sind jetzt weg Kupf und Brügel wird auch keine Bestimmungen wenn er das macht er nicht sofort kann man das immer noch gucken die Welt wenn du so weitermachst nicht von uns soll in der Gruppe ich sage jetzt schon mal bei Spanien okay dann sage ich schon mal streamt Schatz auf das war ein Spaß hat sich getroffen ich habe dann eben gesunden ich habe sogar nachgehe an mir vorbeisaußen und so richtig aus dem doch mal deine Welt aber schon geboren muss wirklich nicht bauen auch so ohne hoffbau eine richtig große der Szenerie da habe ich in ein Turm noch dazu gebaut so hat man falsch an habe ich nicht ich habe kurz vertreten wird kommen Lioi so hast du so ich habe zwei Schatten auf und ich weiß ich habe schon bekommen da die Tiefelche Gäste runter so 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 sie ich kann es werden bekommen die Gitarren jetzt muss man hier von vorne zähmen und geht auch um eine Basis ich wollte nur gucken hallo damit was sie so haben das kaputt von ganz oder was ist ein Problem der schickte Gäste Winkel berechnet wird wird Hörer Pappert für die Stilz die Stilz das spart mehr und wenn du deine Zuschauer bist und uns aus treten unsere Gruppe bei das ist ja definitiv nicht aber schick immer den Link rüber genau schick ihr den Link in uns jeden aller Kontakte schick in den Link schickst du klarer den Link ja und kennt sich die Linke rüber das war ja war sagt doch zu lieben nein der ist klar es ist zu dir er nimmt nur sie heißt ja er liebt und hier wird ziemlich verarschen ich verstehe wie meine freundin heißt wenn er so weitermacht ist es nicht mehr lange seine freundin nur Abfall was denn wenn du so weitermacht zu Wortmord reden du sagst ihren richtigen Namen rum auf YouTube wo vielleicht wenn ich Glück gehabt eine Million Leute das sehen K was von einem Mörder durch 30 Abonnenten Henry es gibt eine das habe ich bei mir das hat glaube ich mal gucken wie viele Aufrufe abgleich haben also bitte abonniert alle und erlass an der Ecke ist so das war ja da aus guck mal was sieht denn so beschreut aus er will nicht sagt mal Prozent A das ist ein und gilt aber wie alles kaputt ist zu gut 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 weil ich kann dann jetzt viel mehr mein Zeit ist geschossen sogar noch kaputt so nicht beim Problem ich hab noch einmal geschossen aber kommen ich habe drüber geschossen deutsch braucht mehr und aber ich habe auch genug ja immer wie hoch meine Welt ist in die Dienste Steine und das wird alles noch schickst du jetzt noch einmal in den nach jahre die ist die jahre am Mann für die Kinder sieben Juli sagt einfach nein mache ich nicht heute muss ich meinen Welt schon noch mal zählen was du musst du selbst sehen das ist die Mülltonne toll mein Wildschwein ist weg wunderschön das ist ein verheirat was ist das auch ein bisschen heilen ich muss wissen ich werde ich wäre meins ist weg in sie dass man es verreckt oder bitte verpissen sie sich aus meiner Basis zu selbst bin ich ey Jonas du machst meine Base kaputt ich weiß schieß nur einmal ich geh offline da komm ich nicht mehr ich mach jetzt gleich Bomben noch einmal schießt du ja ich habe ich habe der Falle Finger weg von einer Base okay nein okay ich bin jetzt Henry ich bin jetzt die Welt erreicht ich bin jetzt sofort und du kannst ihn nicht noch mal von vorne angucken ich habe auch nicht das ist ich habe es jetzt einmal darf ich noch die Vorbereitung aber es wird du hast du jetzt schon mal sehr froh dass ich mit dir dreimal gemacht habe der Toll mein ganzer Turm wo auch Lüttemberg Lüttemberg das ist aber auch eine Welt der Wege hat auch das Weg du Arsch die Probe Projekte so aus der Erkrankung 2 Prozent die Doppelbomber die Erkennung nur bis zum Punkt auch schafft man die Punkt und besorgt nicht aufschlussend zu werden ja so ich kann das alles nicht mehr reparieren weil ich keine Metz mehr hat auf die Wünsche gibt es nur wo die Ligite im Lama muss wahrscheinlich erst mal ihre kaufen da wird sogar von dir wie kaputt ist es in der Alta U.S. alles zerstört alle und ich weiß nicht was das Problem ist doch von schön aus das ist der von schön aus guck ich hier unten wenn hier unten noch was kaputt ist okay hier geht's jetzt in meiner ersten Etage wenn ich hier alles kaputt ist okay hier ist alles noch ein an der Katze Torm Hohen die Arsch Pickel Arsch Pickel Möchtig bitte geht ich schießt wieder auf deine Basis ich warne dich in der Zeit die von meiner Basis weg liegt es einfach etwas geht so zuvor der Basis und sie sagt wir bauen jetzt ganz friedlich wenn du dich weigern sollte ist Holtzmann der Bum-Bum-Machmaschinen und machte eine Kopie der Basis kaputt denn es gab das tun wenn es oder nicht ist ich finde keine Metz Junge ich finde einfach null Metz Digger ich habe auch noch Holz okay jetzt geht's okay doch jetzt habe ich alles zahle ich alles ich brauche kurz hier ja ich hatte ich hatte ich hatte ganz 70 ab jetzt habe ich 200 und wer tötest du mich schmuckst du sowas von ob wenn du das machst du hast gesagt wir machen jetzt friedlich das habe ich vor das habe ich gesagt wo vor du mich abgemuchst so nein 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 das ist danach gesagt du hast dann gesagt okay wir spielen ich bin jetzt jetzt bin ich ganz ganz friedlich stimmt habe ich wirklich ich bin zu nüt eine Spende bitte die Spende bitte die Spende bitte die Spende bitte wenn wir sind und die Bestie haben ist wak ist ja ich mache es nicht ich fand was dann vorbei wak ist wak ist wak ist ein kleines Wünsche ich würde zu lassen ich war da noch rum und sie hat nur ich schlafen lasst ich war nicht eine kleine Spende bitte sie kriegen keine Spende sie halt die Klappe wird ein gut das war die 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 ich kann nicht mehr rufen die 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 er bewegt sich Heizwilliger Scheiße weg geht das kaputt um eine Basis wird umfällig den Stamm zu gefügt was dann wird was dann da ist nicht nur deine Basis kaputt und macht das Leben sollen die ja also wegfahren kann es nicht mehr in der Zeit bis auf 14 AP der Treibstoff ist leer wenn du mich nicht wenn du mich beleidigst dann siehst du dann bis von Weitem Wasser explodieren Halt die Klappe folgendes schönes Schatz und brennbaren Bogen übrigens Prozent eine Welt ist ein bisschen kaputt das hast du gegengeschossen ich habe nichts gegen geschossen ich kam gerade hierher und hat das gerade gesehen ist warum kann der Gartenbogen Schuss geflogen als ob man will check an Bogen verschießen du bist das Weltschwein ich habe gesagt ich bin friedlich was machst du das wird der Schuss kann noch durch Junos ich schock sein lassen ich bin ich bin sag schon mal bei bei Wels hey Henry du bist du ihren jetzt gehe ich auch das sagt der Typ der meine Beisern greift ich hatte es ist ein bisschen Schaden du hast gleich wieder mit Rocket Launcher ich habe keinen Bogen heute ist auch eine Spitzkacke äh Spitzhacke Digga du hast mehrmals mit Bogen drauf gespielt aber egal ich gehe kurz auf kam wenn ich hier gleich nicht mehr stehe sag bei bei keine saugen du wirst stehen HA 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 patron SCULL Untertitelung des ZDF, 2020 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 ich bin es haben wir schon mal in den stream mit henry gemacht das fällt mir gerade mal so ein da haben wir den bestreuen gemacht das war mit psychohäxen sogar noch da hat er aber nicht geredet denn es ihnen so eingefallen dass man ja in fortnetzen kräfte Kota haben kann da hat er halt so gedacht okay wir können erst das mal wieder machen irgendwann macht er mache ich mir auch seinen eigenen Kanal auf und dann um irgendwann mache ich mir Kräte Kortfug und Söhne Huren Söhne nicht wundern er heißt mit Vornamen ein Niederfalle ich nicht es ist ein Name seiner Freundin geliebt und es ist hängig was ist so gut gemacht ich wollte gerade Prozent ich habe gerade erzählt warum jetzt hier die ganze Videos machen und alles was weil du den Kräte Kortfug machen willst Kräte Kortfug und Söhne da wollte ich erst ein Name sagen und dann vor und nach aber das mache ich lieber doch nicht ist alles kaputt das ist doch voll die geile Idee das ist doch voll die geile Idee ich glaube er ist schon wieder AFK gegangen schreit mir gefällt das ist ein bisschen eine mit sich fast sehr leer außer außer stein noch irgendetwas ich kann es aber nicht sehen wer das ist ich wette es ist Henry ich habe zu dir wie die unbeschützten stehen der GFG in der Schale ich könnte sie nicht sehen ich kann er auch getrennt wird durchschießen der generell in das eine der weg ist der Kerl da auch verkehrt wird und schießen das ist vielleicht eine zweite Wand bauen Ich weiß ja nicht. Hier ist schon alles kaputt. Nee, doch nicht. Nein! Okay, dann ist die zweite Tür. Ich will noch ein zweites Auto haben. Wow. Ist hier noch irgendwo ein Auto? Ach, das war ich, weil ich über YouTube-Studio weitergeguckt habe. Oh je, je, je. Das bin ja, ich, weil ich über YouTube-Studio geguckt habe. Das schon mal kann auch nur ich besitzen. Hier zieht irgendeine zweite Tür, die nicht von mir kam. Okay, hier liegt die Metkit, sehr gut. Aufmerksamkeit wäre in dem Spiel zu geil. Ich glaube, mein Wildschwein ist wirklich verreckt. Das ist meine Base. Oh, sie ist auf meiner eigenen Base. Das ist auch so, wie ich hier bin. Oh, Mechanik-Titel. Oh. Okay. Oh. Oh. vor vor als ob das Auto einfach einer p hat junge ein halb hier wenn er damit rauszettet ist so ließ das ist ein ganzes der ist dann zerstört und wird nicht so dafür haften ich mache noch arbeiten in hier der er erst abbaun er sei es abgehauen ich habe ihn doch noch gespitzakt hat er noch so nicht und die reihe hatte 20 hp und ich habe ihn getötet scheiße das ist ja kaputt gemacht kann ich ihn nicht irgendwie hinbringen und ich muss es hier in die vorliegen es ist so dumm es ist die so dumm diese Bauarbeiter also nicht diese Bauarbeiter sondern diese Bauarbeit in die und das Haus immer so was sie tun haben oh mein gott dafür dass wir hier gleich ankommt michael sieben wer es schon scherzend richtig gesagt wollen was geht willkommen stream weil das nicht gemacht hast sehr sehr gerne und abonnieren und glock aktivieren wird mich auf jeden Fall sehr sehr freuen ich bin das hier auch Mann ich will jetzt hier nix drucken so ich werde auch hier hochkommen ich hätte es denn gebaut auch dass sie auch noch hin so genau kann ich einfach hochlaufen so auch diese Sprünge die nerven mich so so kann ich es doch schlacht es ist einfach so so ist doch gut Stokkei dann geht es zurück auf eine base sie noch auf kam Stimmt wo so ist jetzt eigentlich gespawnt ich hätte noch kein Team zu wechseln in den ganzen Waffen weg das denke ich hat zumindest so ich glaube wir sollten langsam mal ins 1 gegen 1 starten so ist er war schon ziemlich schön hier drinnen nur dass das ist ein bisschen stört irgendwie aber ich habe schon keine Fenster ich wollte ich finde ich würde noch zum Turm bauen in den Bauschnitz und Tor auch das habe ich ja voll vergessen dass die Züller wie das ist hier überhaupt er hat dass sie alles zerstört er ist nicht aufkärt dass sie doch alles zu die doch nicht mit also und hier ist gut also ich weiß nicht ob das jetzt hier so gut ist aber ich glaube dass von dem auffallen ist ich kann die Kanäle hat immer so hoch gehen zur kommen von hier aus Neuzen wo ich hier noch mal so was hin zack damit ich hier auch nicht runterfällt mit er würde so ich würde mich so mega hassen zack zack n ich muss sagen mir gefällt das es ist nur die Frage ob ihm das genau so gefällt ich glaube ich rufen sich ganz kurz an mit dem Prozent nicht vollkommen traurig Prozent ich hab doch vorhin noch auf den Jons und ich bin wieder da bis zum Livestream nein wie es da habe ich schon beendet Schorne okay gut ich hoffe dass in deiner Base um ich hab noch Frage ja was hast du alles gesagt ich habe nur halt erzählt warum du mit YouTube angefangen hast und alles also nicht mit YouTube angefangen hast oder warum du mit YouTube anfängst okay ernsthaft mir gefällt das was ich hier auf deiner Base gebaut habe was hast du gemacht ich habe gesagt ich brauche was auf deiner Base wo sie sich das aus dem Scheiß Ding aber was auch immer du machst es geht nicht in deine Base rein wieso nicht nichts nichts was was so getan du hast nicht wirklich alles versetzt zu dort nein das nicht was hast du denn gemacht ja okay wird sie nicht aufhören dann ist er gut h soll genau fallen das ist doch noch da das muss jetzt mal kurz gucken er danke dass du meine Weltgeburt hast aber seine Geburt aber noch hier es ist noch hier wenn du hier reinkommen unten was ist da bei meiner Basis hier bei deiner Basis fiktig ich sehe sie das nicht doch okay fass raus fass raus ich weiß nicht ich weiß nicht warum ist es sofort explodiert es ist noch abgeschossen nein ich bin ein Stimmungsband der Motorhof es ist auch so schiefen ich hätte das Auto angeschossen aber das ist dann sofort kaputt gegangen ist und so gut und so gut aber es ist eine okay gut was soll das ist nicht das immer alles zu kommen ein Teil des Autos gibt in Mechanik Teilen nicht die Reifen zu ich glaube man für den Song und Leeren und Orden Nein ok dann nicht wir sind die weitere Stimm im Stimme Verteilen hoch Ihr seid Lappen, hi Wer denn? Wetten ist es Leon? Wetten Leon ist gerade bei uns im Stream? Oh, wenn er das ist Hier steht gerade, hier hat sich einer Ihr seid Lappen genannt Und hat hi reingeschrieben Das kann safe Leon sein Was war das? Geh raus Lass mich in Ruhe Lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe Lass mich in Ruhe, ich hab 3 AP, ich hab 3 AP Verdammt Was, was machst du jetzt mit meiner Base? Nichts, ich hab Ehre Geh raus Okay, danke Leute, 3 Zuschauer Wie jemand hat gesagt, ihr seid Lappen Ich hatte das geschrieben Hier hat sich einer so genannt Ich bin neu hier Ich habe mich nur so genannt Weil ich bei anderen Streamern mal gehe und dann so 20 Euro spende Und das wollte ich halt auch Ehre, aber leider habe ich noch zu wenig Abonnenten, um Spenden zu aktivieren Aber auf jeden Fall danke, dass du uns gedacht hast Gerne, gerne abonnieren Würde ich mich auf jeden Fall sehr freuen Park das Auto aus meiner Base raus Park das Auto aus meiner Base raus Ich weiß nicht, warum du ruhig bist Du weißt es ganz ganz genau Ich hab kein Auto in deiner Base Das war die Rache von vorhin, weil du meinst Falls du das für mich gemacht hast Und zweitens Und zweitens Und zweitens Sofitts Stoß an Felix Lübner Nee, lad ihn nicht ein Ich hab mich eingeladen Ja, geh aber nicht rein wegen Stream Ich hab dich doch nicht rein Hier ist alles kaputt Ich sagte nein Ich sagte nein Heinrich sagte nein Er kommt, wenn er mich einlädt Wir sind in Street, him Wir können jetzt hier niemanden rein lassen Ach so, okay, dann ist gut, dann ist gut Worte, er hat den Namen von seiner Freundin geliegt Ich wusste nicht, dass die Kiara heißt, Digga, wo soll ich das wissen? Heißt sie doch eigentlich auch gar nicht Digga, du hast die ganze Zeit gesagt Ich hab aber gesagt, du hast deine Freunde Ich hab nur gesagt, Kiara und dann hab ich gesagt, dass du gefragt bist Da hab ich gesagt, seine Freundin Da hast du dir gesagt, ja, sie ist Judy So, what? Wo jetzt passiert es jetzt so Was willst du von mir? Raus aus meiner Base Raus Was mach ich dann? Ja, das will ich dich grad fragen Ja, ich mach doch gar nicht, du Kleiner und Juli Guantaxin Joonim war schon Das will ich hoffe, alle lassen ja auch steigte ja nicht ja dann hör auf mich zu töten du hast es nur getötet du hast mich angeschossen die ganze zeit wieso kommen jetzt hier so viele reihen in die gruppe warum so viele euro wurde gekickt weil sie wollte weil du sie immer kriegst und dann hat sie sich gekickt ich habe einmal einmal warum kommt ihr jetzt hier rein einmal weil sie mich mit meinem schützsam genannt hat weil ich diesen hasse einmal was macht sie um die anzeigen weg er lief es jetzt eine äh wer ist oder ja aber bloß dass du alles liebchen kannst das gefällt mir nicht so sehr das gefällt mir hoch hoch also felix das machte damit im locken es wer ist es nicht schafft man aber ich habe es so genau der er hat er gesehen und erst neu und seit er hat nur kurz die schule und Prozent und spendet die immer noch mal 20 Euro er ist auf jeden Fall leider leider habe ich keine Spenden ab dann kriegt man das eigentlich ich kann man 1000 Abonnenten das Wort das ist ja richtig viele noch reingekommen es ist sind jetzt alle die gerade im Stream sind die kenne ich eigentlich gar nicht also Henritte was wahrscheinlich doch berühmt 2 30 Minuten einer hat abonniert Ehre 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 Dankeschön das ist auf jeden Fall nett der Maus der Baumersersers kaputt gemacht damit ich das schädigen kann oder warum hast du es jetzt gemacht Herr was heißt du du hast meine halbe Basis kaputt gemacht und jetzt kann ich gar nichts medizieren von jetzt kriege ich einen Lacheranfall hör auf warum haben du alles kaputt gemacht ich wollte den Kammer geben dass du machen Auto in meiner Basis und haben kaputt machen das habe ich nur gemacht weil du bei mir gemacht hast ich habe die Lambo war mir wagen dir ich muss leider los kein Problem vielen Dank falls du abonniert hast auf jeden Fall Ehre 990 Stream wir streamen seit einer Stunde und 26 Minuten das ist doch wir müssen aus zuschauer aber wenn er das wäre jetzt gar nicht die Wetter schon auch darauf schießt die Städte der Welt aber drum wie läuft der Chat so was geht geht es ist natürlich alles kaputt ich habe verlassen warum weil ich jetzt verlassen habe weil ich jetzt ein bisschen kreativ für möchte ich noch mal okay freude das was mit dem stream das sind für gerne like und aber da würde ich mir auch der ich sage nur ihr seid lappen ja es ist so nein das bin ich das ist du hast Käpt'n Lappen ja auch was für mich Loll also kann ich auch bestätigt machen Leon hat dabei leere ich bin gerade dabei die Base von Henrik zu zerstören auch wenn ich kurz selber kaputt wenn es nur noch nicht was denn ich sag nur Kett Prozent ihr seid noch ein Sie müssen ja es ist ich wusste ich doch was er hat einer von euch ist das ist ja schon sehr gesagt erhält das ist eher eine Gruppe von Führung Rhein-Pfalz eine Verlassung Kapitän und Schick die Betriebe Reue einer Weg 4 Prozent von Toton von Wiesel Schicksalver Ruhm so geht man ja noch so und ist ihm ja gerne leichter und sie zeigen bis zu Niedern haben wir zwei gelöscht Tja Tja Redet Lärm bei euch?